hallo zusammen willkommen bei toys und fand ich bin der spielzeug büro und willkommen zu einem neuen video liebe leute heute haben wir wieder ein neues spielzeug was wir hier bestellt haben das ganze nennt sich in objective inductive insect inductive tank also irgendwie einen panzer auf jeden fall das ist auf jeden fall nicht schwer zu erkennen aber der trick an der sache ist dieser panzer verfolgt linien die man aufmalt und das wollen wir heute mal oder ich möchte gerne heute mal ausprobieren mit euch oder mal einfach mal zeigen so wie der panzer gibt es wohl in verschiedenen farben hier haben wir ein edding zum beispiel wenn man das hier drauf mal fährt das dann auch die auf dieser spur was gibt es dann noch zu sagen das ist hier wohl die produktnummer das ganze ist ab plus fünf und das war so wir packen das mal hier aus hier haben wir noch mal eine gebrauchsanweisung anscheinend so hier sind auf jeden fall ein paar sachen die wir uns angucken müssen hier ist auf jeden fall schon mal ein plan der vorgefertigt ist das ist schon mal gut auf dem blatt papier schon mal was aufgemalt das lege ich schon mal nach hinten so was gibt es hier zu beachten wir brauchen auf jeden fall batterien hier ist auf jeden fall etwas abgebildet das muss ich mir mal gleich genau anschauen ich überfliege das mal schnell ok 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 sollte hinhauen hier sind die sachen die wir aufzeichnen dürfen also wie funktioniert das ganze fangen wir von vorne an es ist beherrschen ein sensor der die schwarzen linien auslesen kann auf weißem papier ok haben wir hier hausig should the line be dick sollte die linie sein es darf nicht dünner als vier millimeter sein es dürfen nicht durch abgehackten sachen sein und sollte nicht dicker als zehn millimeter sein ok how to play blablabla das probieren wir einfach mal aus gucken uns erst mal den panzer hier an auf jeden fall sehr gut eingepackt ah hier ist sogar ein adding mit dabei das hätte ich jetzt nicht gesehen denn ich habe mich nicht anders vorbereitet ich wollte die nur ausprobieren und auch mit dem anderen farben probiert mit filzstift dann haben wir hier noch für filzstifte jetzt hat er pp und buntstift und batterie mit bei ok dann machen wir mit gewalt auf ok da ist der sender auf jeden fall der dann die sachen aus liefst und wo können wir jetzt die batterie einsetzen was müssen wir hier aufschrauben anscheinend muss ich mir die gebrauchsanweisung doch noch mal anschauen und die schrauben auch verdammt windig naja egal wie kann man auf jeden fall an und aus machen hier drauf legen und dann wollte es auf jeden fall losgehen naja ich schau mir das nochmal an mit den batterien oder melde ich mich später nochmal so liebe freunde ich habe es endlich geschafft das ganze hier aufzumachen aber die gebrauchsanweisung ist echt dumm erklärt also wie ihr schon sehen könnt für mich ist das die unterseite des panzers oder was meint ihr ich habe die ganze zeit versucht hier oben draufzuschrauben die schrauben so winzig und dann habe ich irgendwann hier oben gesehen dass das da auch eine schraube und ob da einfach mal raus geschraubt und ja wie ihr sehen könnt man muss hier oben drauf schrauben und nicht hier unten also schaut euch mal die gebrauchsanweisung an ich habe ja erst okay ich muss sagen im ersten nachhinein ich bin einer echt wo ich immer auch nur auf die bilder achtet nur für mich ist der teil unten irgendwann habe ich dann halt gelesen top of the car habe sie mir oben angeguckt und dann habe ich auch gefunden aber liebe leute immer daran denken die gebrauchsanweisung ist nie verkehrt und daran habe ich jetzt ein bisschen zeit verschwendet aber als das auch egal so dann wollen wir das ganze doch mal befüllen wir haben hier auf jeden fall noch mal batterien mit geliefert das ist schon mal gut so oder kommen auf jeden fall jeweils zwei stück rein wird jetzt richtig gesehen haben ja aber es scheitert mal wieder an meiner kunst so jetzt noch mal wird nicht so funktionieren geht das sind so bessern er auch nicht so alles ist drin das andere drücken jetzt ein bisschen runter na nicht ganz das ganze probieren wir noch mal runter drücken jetzt aber mein finger dazwischen und zack und es ist drin was für eine schwere geburt hoffentlich sind die batterie richtig drin runter drücken nach hinten halten und das andere hier schnell einsetzen einmal kurz probieren ob es funktioniert jetzt ist funktioniert das ist schon mal gut dann habe ich nichts kaputt gemacht schrauben das ganze noch mal schnell wieder zu die roma das sind jetzt so das müsste eigentlich hinhauen ja das ganze jetzt wieder zu machen und dann können jetzt eigentlich damit anfangen zu spielen so lange gedauert also wir werden erstmal das probieren so ich mache es mal auch an legte einfach mal drauf ja es fährt die linien lang nicht mehr schnell aber es funktioniert sehr 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 schön also die vorlage funktioniert so jetzt habe ich hier auch noch ein blatt papier ich probiere es erstmal mit einem anderen stift aus also anscheinend muss es wirklich schwarz sein wir machen erstmal eine gerade linie das sieht schon ziemlich dünn aus das wird glaube ich dann nicht funktionieren tut es nicht es durcht wohl nach der linie deswegen dreht es sich nur im kreis machen wir wieder aus versuche das mal ein bisschen dicker zu machen also anscheinend funktioniert es nur mit einer schwarzen linie deswegen kann ich mir auch sparen damit diese anderen stiften hier malen sonst mal mit dem mitgelieferten stift so natürlich alles hier auf einer anderen sprache ist dabei auch nicht so schlimm dann hier sehen wir es ist hier nicht gerundet dann halten wir das mal so quer und dann malen wir mal unsere steck drauf da habe ich einmal abgerutscht das sollte hinhauen ist fast zu ähnlich und es funktioniert wunderbar es hat sich schön gedreht anscheinend hat diese ecke nicht mitgenommen so rum funktioniert auf jeden fall sehr schön ich mal noch mal eine andere strecke auf mal schauen ob es auch so funktioniert von anderen seiten alles klar dann muss ich mal zusehen dass sich da nichts überschneidet so wir machen es ein bisschen eckiger hier können wir es mal ein bisschen runter machen und ich glaube an den ecken wird es auf jeden fall scheitern probieren wir es nochmal aus so das sollte passen dann schauen wir mal er hat wieder die ecke gesucht die nimmt er mit jawohl 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 perfekt also am anfang hat wohl immer start schwierigkeiten aber nach wie richtig gut ich bin echt mal gespannt wie es eigentlich ist wenn man das mit mehrerenpanzeln ausprobiert so jetzt mache ich aber nochmal was gemeines jetzt mache ich hier mal noch so eine zweige wo er eventuell sich entscheiden könnte wo er hingehen soll mal gucken was er macht so wir fangen wieder von oben an ok jetzt geht es los jetzt geht es los jetzt geht es los und es ist scheiße ich geht es nicht nach unten geht wieder nach oben ok und mal schauen was wieder passiert es geht auf jeden fall nach unten anscheinend weil dieser strich dicker ist aber naja liebe leute ich würde sagen das war es mit diesem induction tank also ich muss sagen das könnte auf jeden fall spaß machen wenn man gerade sehr kreativ ist und der so einen großen plan macht nur was ich jetzt richtig dumm fand oder blöd fand war auf jeden fall die gebrauchsanweisung ich habe es einfach nicht richtig gelesen dementsprechend habe ich zu lange daran gebraucht also macht nicht den gleichen fehler wie ich sonst würde ich sagen es ist ein interessantes spielzeug habe jetzt auch zum ersten mal gesehen mit so einem stift mit einem edding dass man solche linien selber malen kann also finde ich cool liebe leute wenn euch das video gefallen hat so ein bisschen nach oben sonst würde ich sagen wenn ihr neu auf dem kanal seid einfach kostenlos abonnieren und wir sehen uns in den nächsten videos wieder ich bin der spielzeugguru und das war das neusteste spielzeug was ich hier noch hatte uuuuuhh dennig tschüss ich wünsche euch alles Gute tschüss tschüss tschüss